Tolle Neuigkeiten im E-Magazin Living Manners ist ein Artikel drin über meinen Lieblingsantikitätenhändler Ralf Schnappauf und über den Podcast Schnappauf und Weiß. In Living Manner geht es um Gutshäuser, Schlösser, Kunstantik, Design, Kleinode, vergessene Berufe, also im Prinzip alles Dinge, die uns interessieren. Hochwertig produziert, tolle Bilder, schöne Texte. Also schaut mal rein bei www.trimax-media.de. Die freuen sich und wir auch.